Wir bekommen noch eine andere Fähigkeit. Ich sag jetzt mal nicht welche das ist, aber wenn wir N'jin, den Typen, den wir eben gerade gesehen haben, wenn wir den besiegen, kriegen wir eine tolle Fähigkeit. Und ich glaube, damit wäre dieses Level mega easy. Ach, ich bin so dumm. Ich kann das jetzt schon wieder machen. Ne, muss ich gar nicht. Also das brauchte man gar nicht dafür. Loll. 25 von 25. Wunderbärchen. Man brauchte das Driller-Dings gar nicht. Ich glaube aber, wenn man nicht gegrätscht hätte, dann hätte man das gebraucht. Aber ich bin ja total überkingen, deswegen brauche ich das nicht. Hätte ich geschafft. Aber... Ja. Ich traue mir ja nicht so viel zu. Beziehungsweise, ich habe keinen Bock dann irgendwo nochmal anzufangen. Ich glaube, da könnte man sehr gut durch... Oh, Tile-Level ist hier ganz blöd. Wenn man halt so abhängig ist. Wichser. Ich glaube, das kriegt man einem durch. Heben! Okay. Totenkot... Totenkot! Totenkot-Plattform! Okay. Machen wir mit. Warum nicht? Gibt's hoffentlich keine Kisten. Und wir kriegen direkt einen blauen Edelstein. Okay, der geht mir schon mal auf den Sack, der da rumspringt. Okay, das war gut. Fünf... Sechsenfünfzig eben. Okay. Komm wieder runter. Das müssen wir jetzt timen. Äh, müssen wir eigentlich gar nicht timen. Ich muss das einfach nur aufdrehen. Wenn ich hier runterdüse. Oh. Oh. Oh, Gottes Willen. Das war auch eben grad irgendwie ein bisschen buggy. Normalerweise hätte ich da eigentlich runterfallen müssen. Ist aber nicht passiert. Oh, wir haben den blauen Edelstein. Und wir haben 6 Uhr. Hat man sogar, glaub ich, gehört. Schon wieder. Das war schon wieder so halb da drin. Ich weiß nicht, was mit diesen Dingern los ist. Naja. Ist ja nur für mich zum Vorteil. Oh, Checkpoint. Sehr nice. So viel kommt noch. Obwohl hier sind viele Nitro-Kisten, glaub ich. Jetzt darf ich... Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt gleich nicht selbst wegballer. Wenn ich den hier... Ja. Genau deswegen. Oh, Gottes Willen. Das war so knapp. Oh, TNT-Kiste. Okay. 65 von... 80. Ich kann überhaupt nicht sprechen, ey. Wow. Wo kommst du denn her? Oh, da oben schon das Ende sowas aussieht. Oh, ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich wäre eigentlich schon nah genug dran. Oh, Mann. Haben die auch schon alles außer das Relikt. Aber Relikt ruhen wir auch erst später. Das wird am Ende voll das Relikt gefahren. Komm. Future Frenzy. Hau mal auch noch direkt hinten dran. Ne, ich speicher erst mal. Ähm. Ah. 55. Schön. So. Boing. So. Boing. So. 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 Aber in einem Level, also ein Level können wir noch nicht fertig machen richtig, weil dafür braucht man das nächste Item, was wir bekommen. Aber das werde ich, glaube ich, sehen, ob ich das schon holen kann. Mit diesem Item sind hier die Level auch einiges einfacher. Ich glaube, das sah mal noch nicht so danach aus, als ob das hier wäre. Ich glaube, das ist dann erst im nächsten Level. Also in dem nächsten Future Level. Die Musik ist hier so geil. Die Musi. Ich kann nicht... Ich kann nicht... So! Fällt mir grad ein! Äh... Nein. Die... Shannon meinte, dass die Leute in diesen UFOs maximal pigmentiert wären. Aber das sieht sehr nach einem Weißen aus. Vor allem auch hinten in der Spiegelung. Hier vorne vielleicht ansonstenweise ein bisschen. Aber... Nee. Der ist weiß. Und früher dachte ich immer, diese komischen Wobbeldinger, diese zwei, die da so abstehen, dass das seine Ärmchen wären. Aber das sind, glaube ich, nicht seine Ärmchen. Oh, ich... Da geht's für wohl. Bei der ist drin. Ich hab kein Rassier-Wobbeldinger. Und das ist halt ein Rassier-Wobbeldinger. Ahhhh, ich liebe das Spiel so. Ich glaub hier braucht man den grünen. Oder das war ein Crash Bandico 2, wo man bei so Future Level den grünen braucht. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Darf ich meinen Akku verpeilen? Oh nice. Hab ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass die auch noch gibt. Ich dachte, er wird da drüber fliegen. Na gut, dann halt nicht. Ja den können wir ganz einfach kaputt machen. Oh das war knapp. Ich mach dich grad weg. Eieieiei. Also das Wasser ist heftig. Also das ist sehr Kohlenstoff... Kohlen... Kohlen... Kohlenstoff... ...kohlensäurehaltig. Okay, alles weg. Das ist... das ist ein cooles Level. Ich mag das hier. Ich mag das auch, dass man diese Anweisungen im Hintergrund hat. Dass man hier so sieht... Ja, du musst jetzt hier einen Doppelsprung machen. Hier wird ja nicht gesagt, was du brauchst. Oh, die Zielstelle, die jetzt kommt, die habe ich nicht so gemacht. Ich glaube, ich muss die R1-Taste dabei gedrückt halten. Dann bleibt er ein bisschen länger in der Luft. Also dann zieht er sich so. Dann fällt er nicht direkt runter. Aber... Ja. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber das ist jetzt, was mir gerade so aufgefallen ist. Oh, das war knapp. Nein! Hm, hier eine Brücke, ne? Warum muss ich mir Spermangen? Achso. Ich habe jetzt gewartet, bis die explodiert. Aber es ist ja gar keine TNT-Kiste. So. 77. Ich... irgendwie... Puh! Ich weiß ja nicht, wo die anderen Kisten herkommen, aber wir haben sie nicht. Ähm... Oder ich... vielleicht gibt es auch unten in dem Extra-Raum noch was. Das kann sein, dass es da noch... Äh... ein Level gibt. Wo wir dann dahin zurückkommen. Aber wir bekämpfen jetzt erstmal... Engine! Mit Coco natürlich. So viel Coco-Inhalt heute, ne? Das ist unfassbar. So... Du willst also kämpfen? Wir werden ja sehen, wer hier zum alten Eisen gehört. Ha! Altes Eisen! Weil der ganz viel Eisen im Gesicht hat. Ha! Okay. Ähm... Wir müssen hier diese leuchtenden Sachen alle abschießen, die er hat. Also alles, was so... ...leuchtend ist. Ich nehme hier die Waffe, die leuchtet. Und sein Bauchnabel. Da bin ich jetzt grad momentan sehr schlecht drin. Und, ähm... Oh, der Bauchner ist tot. Das ist schön. Dies ist... Dieser Roboter hat mich immer an... Äh... Wie heißt das Lied denn doch mal von Gleich jusquehen? tip 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 tip... Ähm... Limit. Limits, so heißt es. Ich musste grad noch mal das Lied durchgehen in meinem Kopf. Und das erinnert mich halt irgendwie voll da dran. Och Gott, hören wir schon die zweite Form. Und jetzt haben wir Pura. Sie sitzt bei uns jetzt hinten drin. Das ist halt mega cool. Oh Gott. Ich muss da unten dieses Auge kaputt machen. Komme ich jetzt aber nicht dran, weil hier nicht alles abfuckt. Aber das erinnert mich nicht mehr an das Lied. Aber jedes Mal früher... Ich muss nicht daran denken. Also an das Musikvideo. Das macht es glaube ich sinniger. Aber von der Musik hört man ja auch nicht viel, weil die ganze Zeit... Voll am rumschießen. Okay. Okay, der Nabel unten ist auch weg. Das ist sehr schön. Das macht es auch nicht einfacher, dass das hier so am rumwabbeln ist. Nicht nochmal! Frucht-Bazooka. Um Frucht auf Ziel zu feuern, Drucke L2, um Waffe zu heben. Okay. Ziele mit Richtungstaste, Drucke, Kreis, um zu feuern. Weiter mit 3. So, und dann werde ich euch jetzt noch den letzten Warp-Hum vorstellen. Lustig, wie sich die Geschichte wiederholt. Und wieder konnte Engin dich nicht schlagen. Dafür werden wir dich vernichten. Oh, mein armer Kopf. Zurzeit bin ich einfach nicht ich selbst. Das Ende ist nah. Sammle noch 5 Kristalle und wieder durchkreuze meine Pläne. Oder auch nicht. Werde ich euch den letzten Warp-Hum zeigen. Beziehungsweise werde mir den selbst angucken. Ähm. Aber ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ähm. Dass hier dieses Dunkelheits-Ägypten-Level kommt. Gone Tomorrow... Ah, no, Moppet! Orange Asphalt. As-F-F-A-L-D. S-S-A-S. Wie wird der überhaupt ausgesprochen? As-F-A-L-D? Ä-A-S. Ass! Ass'n-Cock! Ähm. Flaming Passion. Mad Bombers. Das ist dieses andere Flug-Level mit Crash. Was ich auch so super gerne mag. Und da haben wir das Dunkelheits-Level. Bug Light. Ich werde mal gewissen, ob das eine Anspielung auf Bud Light ist. Also Budweiser-Wir. Ich glaube schon. Ähm. Ja. Dann, äh. Hoffe ich mal, dass euch die heutige, einigermaßen produktive Folge, ja Folge nicht, Aufnahme gefallen hat. 57 Prozent. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, ne? Tschüss! Bis zum nächsten Mal.